Ich fette mir meinen Wagen hier fast kaputt. Ich meine, ich bin zwar selbst nicht besser, aber da muss ich ehrlich, wenn ich noch schlimmer war, dann ist es schon klar. Okay, da muss ich jetzt nochmal neu anfangen. Okay, ein gutes Wort. Der Schwarzmarkt handelt von Zigaretten und Waffen, ist ein wichtiges Geschäft für Garawiner. Nee, Griner, so rum. Im E-Mail ist es scheißegal, was und an wen seine Händler verkaufen und sie verkaufen sogar an Kinder. Finde die Dealer und verprügele ihre soziale Verantwortung in den Schäl. Ihnen, soziale, ja okay. Benutze jedoch keine Waffen, halte dich an das, was du predigst. Verprügele alle Straßenverkäufer, aber schieße nicht auf sie. Kennen wir das nicht schon? Und muss man da nicht doch am Ende schießen? Ich brauche ein bisschen Kohle für die Mission. 2009 oder... Ah klar, die Wagenmission, natürlich. Da gab es natürlich ein bisschen Geld für. Hm. Das hätte ich auch laufen können in der Zeit wahrscheinlich. Ach, verdammt. Ja, das hätte ich auch laufen können. Ist gut. Okay, da haben wir schon mal einen. Wie viele haben wir eigentlich von denen? Nein, nur einen. Okay. Das heißt, ich muss einen Wagen, einen Händler verprügeln und dann ist gut, oder was? Ah, das ging schnell. Dann wären wir wohl fertig. Der nächste Verkäufer, aber schieß nicht auf sie. Och, der wird doch ein Stück weiter weg. So ein Müll. Dann haben wir einfach ein Auto nehmen sollte. Ja gut, kann man noch machen. Meine Zeit genug ist ja eigentlich. Wenn er jetzt noch Gas gibt. Die Frage ist jetzt eben, holt er das mit der Geschwindigkeit raus, was ich gerade eben verloren habe, an Zeitfluss knacken oder nicht? Nicht. Okay, ich sollte eher mich so positionieren, dass er vor der Wand steht. Okay, nicht so gut. Verdammt, ich sollte mal gucken. Nicht auf Taktik gehen. Ah, ist gut, ist gut. Ich halte ja die Deckung oben. Okay, damit hätten wir den Zweiten. Ähm, jetzt die Frage. Wie komme ich da hin? Hm. Ich dachte, man weiß, dass ich hinter ihm her bin. Okay. Hm, blöde Sache. Die Frage ist nur, wie komme ich hier? Nicht, über die Mauer geht es nicht. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Da geht was rein. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Kann ich auch auftreten können? Geht mal rein. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Oh, ja. Nein. Ja, doch. Ich dachte es mir doch. Ja, die Hörser, Arschloch. Der Mann ist tot. Komm raus. Komm raus. Verdammt. Sicherere Zone erreichen. Ja gut, Munition kann man immer gebrauchen. Guck ich da zur Straße. Äh, ich sollte die Waffe verstecken. Äh. Drecksack. Hier schieße ich jetzt aber nicht. Ich habe schon genug Zeit verspendet hier. Okay, dann. Eine goldene S-Mission. Und was auch immer dazu heißen hat. Aber mit Gold S bin ich zufrieden. Ähm. Und was mache ich jetzt? Hä. Die Tanker sind doch so groß wie gedacht. Komisch. Bei mir sind die aber nie so explodiert. Was ich jetzt mal probieren kann ist... Hm, das ist eine interessante Idee, die ich gerade hatte. Ähm, parkende Autos zusammenschieben. Daneber den Laster. Jetzt ist die Frage, wofür finde ich genug parkende Autos, um das zu machen. Hier anscheinend gerade nicht. Man kann es probieren. Ne, aber im Moment gerade hier nicht. Da auch nicht. Hier sind zumindest schon mal zwei. Bei denen man das machen kann. Drei. Da hinten sehe ich noch eins. Uh, noch ganz viele. Sehr schön. Ach, der macht aber ein Abgang. Schade. Okay. Und damit wäre meine Idee schon fast vollendet. Wenn ich... Oh, kacke. Ähm. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Okay, dann noch einmal. Na, wieso ist das so massiv? Eigentlich müsste ich das ewig brechen mit dem Teil. Okay, einmal rangieren, bitte. Dann... Die mitnehmen. Wieder dran schieben. Mal zurückfahren. Mal gucken, dass ich hier nichts erwische. Zumindest keine Kante von einem Auto, sodass ich es wegschieben könnte. Okay, okay. Und jetzt gucken wir uns das Feuerwerk doch mal an. Okay. Okay. Damit habe ich jetzt ein paar Zerstörungspunkte bekommen. Insgesamt habe ich... Zwei Wagen in Brand gesetzt. Einen abgeschossen. Und irgendeinen Gangster erledigt. Weil ich da noch Punkte für bekommen habe. Ähm. Hm. Die Polizei muss sich langsam verbrennen. Ähm. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich suche mir einen leeren Wagen und fahre damit weg. Zur nächsten Mission und dann gucke ich nochmal, ob ich auf dem Weg einen Diner finde. Okay, jetzt einfach rückwärts und... Rückwärts, die erste rechts, da finde ich auf dem Weg noch einen Diner. Hm. Dann kann ich da noch ein bisschen was, äh, essen oder trinken oder was auch immer. Wahrscheinlich ein Kettchen, weil es günstig ist. Aber ja, eigentlich egal. Ich habe ja eh genug Kohle. Oh, hier in dem Teil kann man aber was Schickeres trinken. Schieb, schieb, schieb. Aua, Aua. Danke. Fast perfekt. Fast perfekt. Hm. Was darf es denn sein? Was haben wir? Pintbier, Flasche Lager, Flaschenbier, erlesen, Qualitätswein, Scotch, was? Schlückchen Scotch, nicht Scotch, oder Scotch? Ja, ganz schön. Schwenker Brandy, heiße Tasse Kaffee. Ich nehme... Whisky. Whisky auf Eis. Sofort, Sir. Aua. 80 Cent. Mein Gott. Beehren Sie uns doch bald wieder, Sir. War das damals teuer, die ganze Zeit hier? Unglaublich. Wenn der heut diese Auge so teuer machen würde. Würde doch keiner mehr kaufen. Würde doch echt keiner mehr kaufen zum teuren Whisky. Ist ja nicht so, dass eine Flasche mittlerweile, äh, ich weiß nicht, je nachdem was, mal 200 Euro kostet. Und das ist dann eben so eine Mittelklasse und die Oberklasse ist natürlich dann high-end, non-top-level, keine Ahnung. Also, so teuer, muss man schon gucken. Moment, einmal kurz. Okay, der hat schon funktioniert. Und einmal, ach nee, Geld, aber Geld wollte ich ja, 3000 Geld, dafür wollte ich ja noch, genau, für die anderen Sachen holen. E- UGH! UGH!